eine der neuerungen in camtasia 2022 ist den cursor fahrt auf beliebigen medien erstellen zu können wie das geht zeige ich mal hier ich habe dazu einen hintergrund aus der neuen bibliothek gewählt der befindet sich unter ui kit simplified ui also user interface als benutzer oberfläche und dann windows 11 desktop start den habe ich mal einfach auf die timeline gezogen und jetzt werde ich den neuen effekt verwenden der findet sich unter visuelle effekte und heißt cursor fahrt editor den ziehe ich einfach per drag and drop entweder hier auf meine zeichenfläche oder ich ziehen unten auf die timeline dann habe ich sofort hier einen cursor fahrt man sieht ja den bearbeitungspfad und wenn ich das abspiele sieht das so aus jetzt ist er natürlich an der falschen stelle jetzt muss ich noch ein bisschen editieren das heißt ich möchte im prinzip dass der hier rechts losgeht dann kann ich hier auch diese anfasser punkte so ein bisschen kleiner machen hier dazu nutzen dass die kurve einen schönen bogen macht und die endposition soll hier natürlich sein an dem windows menü der bogen gefällt mir so noch nicht vielleicht gehe ich lieber so rum damit er mir nicht zu sehr durch das fenster durchgeht ich kann jetzt hier noch mit einem rechtsklick cursor punkt hinzufügen noch weitere punkte erstellen und kann hier über den linientyp die art der linie noch ändern also entweder eine spitze wo sozusagen der mauszeiger dann hier wirklich um die ecke fährt oder eine halbe kurve und eine halbe spitze in die andere richtung und die gleichmäßige kurve die bevorzuge ich weil das immer eine schöne weiche bewegung gibt ja und wenn ich das dann abspiele dann sieht das ganze folgendermaßen aus der mauszeiger bewegt sich dorthin wenn mir das etwas zu schnell ist gehe ich in die timeline und ziehe einfach noch ein bisschen an den anfasser punkten und verlängert das ganze ein bisschen ja so sieht das schon sehr schön aus das kann ich auf beliebigen medien machen ich kann das auch auf einem video machen auch auf fotos standbildern egal screenshots aus negat egal was ich möchte kann ich ein mauszeiger hinzufügen ohne dass vorher einer da war eine wirklich tolle neuerung